Was ist das eigentlich für ein Kanzler, der seine Mitbürger offen als gefallene Engel aus der Hölle bezeichnet? Wie tief kann man eigentlich sinken? Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja schon mehrfach seine Mitbürger verunglimpft, etwa als er sich darüber gelustig gemacht hat, Anfang 2022 auch in der Öffentlichkeit, darüber, dass ein Mitbürger ihm erzählt habe, dass er seine Elektroheizung gegen eine Gasheizung ausgetauscht habe. Und wie dumm der sei, Olaf Scholz hat wirklich jegliche Bodenhaftung verloren und auch übrigens jegliche Erinnerung an das, was er früher mal getan hat. Ich sage nur Cum-Ex, ich sage nur die Schweinereien, die in Hamburg gelaufen sind. Dieser Mann ist völlig untragbar für das Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland. Und ich möchte gar nicht in die theologische Deutung seiner Aussage gehen, seiner Wüstenbeleidigung. Beleidigung all derer, die für Frieden einstehen, all derer, die sagen, wir wollen keinen Krieg. Das sind keine gefallenen Engel aus der Hölle. Das sind keine aus dem Himmelreich Verstoßenen, die sich dem Satan annähern. Die einzige Empfehlung, die ich mal für Bundeskanzler Olaf Scholz hätte, wäre tatsächlich, die Bibel zu konsumieren oder in die Kirche zu gehen. Da lernt man nämlich etwas über die wahren christlichen Gebote, etwa die zehn Gebote, die Moses gegeben hat. Und da steht zum Beispiel im zweiten Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Ja, und vielleicht sollte er auch beachten, das Gebot der Nächstenliebe, dass man andere lieben solle, seine Nächsten lieben solle wie sich selbst. Da hat er noch viel zu tun, der Herr Olaf Scholz, wenn man sich seine Rede ausgerechnet auf dem Marienplatz in München ansieht. Ich bete für die Gnade, Marie für diesen Mann.